Wärmepumpen gibt es heute viele. Was die X-Change Wärmepumpenmodelle von Kermi besonders auszeichnet, erfahren Sie hier. Die X-Change Dynamic Wärmepumpen von Kermi nutzen die kostenlose regenerative Energie aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. So bringen sie Wohnkomfort, Heizkostenersparnis und umweltschonende Wärmeerzeugung zusammen. Alle Kermi X-Change Wärmepumpen zeichnen sich aus durch sehr gute COP-Werte und damit durch hohe Effizienz und geringe Betriebskosten. Die Wärmepumpen sind modulierend und reagieren dynamisch auf den Wärmebedarf eines Gebäudes. Sie sind besonders geräuscharm und haben einen zusätzlichen Flüstermodus. Die Power-to-Heat-Funktion ermöglicht die intelligente Nutzung von eigenem Strom aus der Photovoltaikanlage. Sehr praktisch ist die webbasierte Fernwartung aller X-Change Dynamic Wärmepumpenmodelle mit integrierter Schnittstelle und ohne zusätzliche Kosten. Umfangreiche Services und eine eigene Hotline runden das Angebot ab. Die Kermi X-Change Wärmepumpen zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz aus, sind modulierbar und besonders geräuscharm. Die Power-to-Heat-Funktion nutzt überschüssigen Strom zur Wärmeerzeugung. Webbasierte Fernwartung und Services runden das Angebot ab. Die kompakten geräuscharmen X-Change Luft-Wasser Wärmepumpen sind für die Aufstellung drinnen und draußen geeignet. Sie entziehen der Umgebungsluft thermische Energie und wandeln sie in Heizungswärme um. Wahlweise gibt es sie mit aktiver Kühlfunktion. Beide Modelle sind auch bei niedrigen Temperaturen effizient und erzeugen genügend Leistung. Die modulierende X-Change Dynamic Terra Sohle-Wasserwärmepumpe entzieht dem Erdreich thermische Energie entweder über einen Erdkollektor oder eine Erdsonde und wandelt dies in Heizungswärme um. Wahlweise gibt es sie mit passiver Kühlfunktion. Grundwasser aus Zieh- und Schluckbrunnen wird von der X-Change Dynamic Water Wasser-Wasserwärmepumpe in thermische Energie umgewandelt. Auch diese Bauart kann für die passive Kühlung genutzt werden. Die X-Change Fresh Wärmepumpe erwärmt Trinkwasser und nutzt dafür die Außen- oder Innenluft. Sie kann bis zu 850 Liter warmes Wasser in 24 Stunden erzeugen und nutzt, wenn möglich, den überschüssigen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Die X-Change Wärmepumpenmodelle von Kermi decken nahezu alle Möglichkeiten für Neubau und Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern ab. Mehr Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhandel oder im Internet.